Kennen Sie den Schmelzpunkt von Kunststoff? Der liegt etwa bei 200 bis 300 Grad. Kennen Sie den Schmelzpunkt von Metall? Der geht etwa bis 1600 Grad. Wie hat das aber geschafft, die Firma Phoenix Contact die zwei Medium miteinander zu verbinden und das in das neue Schirmkonzept einzubringen? Wir nehmen das Kabel, vorbereiten das Schirm, die Schirme hinteren Falten, wir spritzen hier ein wenig rundherum, machen Kunststoffumspritzung und fertig ist doch die Sache. Nein, so einfach ist das nicht. Das ist jetzt einfach nur ein ganz normal standard vorbereitetes Kabel. Der nächste Step wäre jetzt in dem Rahmen, dass man das Schirmgeflecht aufribbelt, über den Kabelmantel nach hinten legt, damit man den nächsten Step dann auch machen kann. Kennen Sie, das heißt also die Aluminiumfolie, beziehungsweise irgendeine Art von Schirmfolie. Weil Sie muss ja um 360 Grad um das Kabel. Jetzt kommt die alte Technologie, das heißt also, man sieht hier so eine Krimphülse. Krimpen, Hülse, vorne die Kontakte, die Schirmhülse kommt drumherum. Das heißt also, um diese Hülse, die Sie haben, das Ganze, kommt dann nochmal die Krimphülse drumherum und es ist ein manueller Prozess, ein Großteil manueller Prozess. Die Folie drumherum abschneiden ist normalerweise ein händischer Prozess. Jetzt kommt das, was Sie standardmäßig bei geschirmten Leitungen immer haben, die Krimpung. Wir als Produzent, als Fertiger, eventuell auch welche von Ihnen, haben also das Problem, Sie haben irgendwo ein Lager, 25 bis 30 verschiedene Wannen mit Schirmhülsen. Wie sieht denn diese ideale Schirmhülse aus? Und so haben wir angefangen. Wir haben also überlegt, ideale Schirmhülse. Die Idee ist gar nicht so jung, das heißt also, die Idee mit dieser Schirmanbindung, diesem flüssigen Schirm, die ist schon 20, 30 Jahre alt. Das heißt also, das Besondere in diesem gesamten Konzept ist das Verfahren. Vorbereitung vom Kabel, grundsätzlich erstmal immer identisch. Aber Sie sehen jetzt hier schon, dass wir den Kabelmantel hier vorne lassen, grundlegend wichtig für diese Konstruktion. Nämlich das Premold. Warum brauchen wir eine Formenspritzung, beziehungsweise was ist eine Formenspritzung? Wir schützen hier die Einzeladern, die hier drunter sind, so ein bisschen vor sich selber, aber natürlich auch vor dem Metall. Jetzt haben wir nicht 1600 Grad, da sind wir nicht, weil ansonsten würde uns das Gesamte einfach wegschmilzen. Aber wir sind schon in relativ hohen Drücken unterwegs, von den Temperaturen her sind wir weiter unten. Spielt aber auch grundlegend erstmal keine Rolle dafür, dass wir eben alles schützen müssen und auch abdichten müssen. Das heißt also, was würde passieren, wenn ich hier vorne schon überall Metall reinspritze? Ich habe davor auf der Folie gehabt die Krimp-Kontakte, ich würde mir also einen Kurzschluss machen. Das ist jetzt quasi das Metall. Läuft also wirklich rein, schließt über diesem Stück Kabelmantel, läuft über das Premold, deswegen ja auch das Schützen der einzelnen Krimp-Kontakte, bis über die Firmhülse. Härtet aus, hat also eine mechanische Verbindung, nicht nur, dass es quasi wie ein Lot sich zusammensetzt oder wirklich auch verbindet, sondern ich habe den Punkt, dass es auch einen Hinterschluss hat. Das ist jetzt das, was die eigentliche Schirmhülse ersetzt. Das heißt also, der Zyklus dauert zwölf Sekunden, der Zyklus des Umspritzens mit dem Metall, da ist das Premold, da hinten Kabelstück. Werkzeug geht zu, so, Zauberei, können wir jetzt nicht drüber sprechen, zwölf Sekunden und fertig. Ausgehärtet, ich kann es anfassen, er fasst es ja an, gut er hat Handschuhe an, aber er verbrennt sich jetzt nicht, es glüht nicht noch. Das, was Sie gesehen haben, wo das Werkzeug runterfährt, diese Zykluszeit, diese zwölf Sekunden pro Steckverbinder oder pro Steckkopf, das ist eben das, wo viel Know-how reingegangen ist. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass Sie eben nicht nur unseren Vorteil sehen, sondern in dem Fall auch Ihren Vorteil. Sie haben das zukunftssichere Produkt, was zuverlässig, sicher, robust und widerstandsfähig ist.